Ich verrate euch was. Nördlich von hier liegt Euclid. Dort wohnt ein Mann namens Klaas F. Lester, der sein Leben dem Erlernen von Magie gewidmet hat. Allerdings ist er ein ziemlicher Dickkopf und kann ein bisschen arrogant wirken. Trotzdem, vielen Dank für Ihre Hilfe. Keine Ursache. Hättet ihr vielleicht ein bisschen Rente für mich? Ich bin ein alter Mann und brauche die Medizin. Ihr seht müde aus. Es wäre mir eine Ehre, wenn ihr mir Gesellschaft leisten würdet. Und über Nacht hierbleiben würdet. Gerne. Ach, wie schön. Alle sind freundlich zu uns. Dieses Spiel ist wieder freundlich. Ich glaube, ich hau mich jetzt auch aufs Ohr. Ja, ich auch. Ja, ich auch. Ich lege mich zu meiner Frau, falls das Bett quietscht. Das ist meine Prothese. Frank, ähm... Was ist? Äh, äh, also, äh, wir sind zwei und, ähm, 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 da ist nur ein Bett. Äh, hä? Äh, na und? Äh, äh, ich schäme mich so. Oh, oh, ich, äh, ich, äh, oh, scheiße, äh, sorry, ich, äh, wollte nicht, äh, natürlich nicht, äh, ich meine, ich, äh, verstehe das nicht falsch. Ich wollte nur rein, äh, äh, raus, äh, auf, in dir, äh, dich verstehen. Ich lege mich einfach hierhin auf den Boden, so. Dam, 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 dam. Okay. Das hat sie nicht mitbekommen. Nein, 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 nein. Äh, 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 gute Nacht. Ich bin ja so müde. Ja, ist ja auch besser, man soll ja nicht gleich mit der Tür ins Haus fallen. Ganze hundert Jahre. Ob es für uns überhaupt einen Weg zurück nach Hause gibt? Und wenn es uns möglich ist, Daos hier zu besiegen, dann würde sich die Geschichte vielleicht so ändern, dass Chester und Tornix gerettet würden. Durchaus. Funk, bist du noch wach? Ja. Morgen ist auch noch ein Tag. Vielleicht können wir dann in ein Bett, äh. Tja. Was für eine Antwort. Morgen ist auch noch ein Tag. Tja. Cooler Held. Bock, romantisch. Schlaf, schön, Funk. Hm. Oh. Oh Gott. Oh, wie süß. Oh, ist das süß. Ich freue mich gerade voll. Was für ein schönes Spiel. Oh, ein Spiel für Funk. Ja. Voller Freundlichkeit. Schnups. Okay. Und wir sind wieder fahren und wir steuern und, äh, wir können hier nichts untersuchen. Und, äh, wir rennen durch Türen. Hallo, alle Frau. Nimm dies hier. Ich brauche es nicht mehr. Ich bin zu alt, um es zu benutzen. Du erhältst eine Dildo. Den mittleren Essensbeutel erhalten. Oh, okay. Jetzt können wir mehr Essen tragen. Ähm, bringt mir unbedingt nicht viel. Äh, äh, ich meinte herzlichen Dank. Hast du vielleicht noch was für uns? Hm, bleibt doch ein Weitchen hier. Nein, danke. Äh, habt ihr Klaas schon getroffen? Ihr seid seit zwei Minuten wach. Habt ihr schon? Er lebt in Euclid. Okay, danke. Oh, Katja. Katja. Okay, raus hier. Aber das sieht wirklich, äh, ein wenig nach der Stadt aus, wo wir gestartet sind. Jo. Hier stand das Haus von Chester. Ähm, aber wir sind jetzt 100 Jahre in der Zukunft. Also, äh, steht das wohl noch nicht hier. Und jetzt gehen wir hier rein. Und Waffenhändler. Ein Kind? Äh, bitte? Willkommen. Guten Abend. Langschwert. Nein. Klingel. Nein. Scharfe Klingel. Wow. 25. 8. 25. Wow. Sehr gut. Ein Verdarn. Eine Klinge aus rostfreiem Stahl. Okay. Aber ist zum Pieken, genau. Oh, ne Kampfachs. Oh, das nehm ich. Oh, 35. Perfekt. Kettenhemd brauch ich nicht. Ringhemd. Lederhut. Okay, wir rüsten uns jetzt einfach richtig mal aus. Kampfachs. Boom. Ringhemd. Boom. Äh, wir müssen auf unser Geld ein bisschen achten. Eisenkrone. Na, ist definitiv besser als so ein dummer Lederschlappenhut. Lederhandschuhe oder... Okay, Lederhandschuhe haben wir auch noch nicht. Rundschild. Jopp. Bernsteinmantel. Achso, da unten steht's. Ein Bernsteinfarbener Stoffmantel. Für das Mintchen. Ja, Mint. Hier. Jopp, sicher. Danke. Vielen Dank. Hm, gern geschehen. Und rüsten wir uns mal gleich aus. Ausrüsten. Ausrüsten. Kampfach... Woosch. Über... Heftig. Strong. Und... Yeah. Ach, wunderbar. Und jetzt, äh... Äh, warum kann ich nicht zum Mint? Okay, muss ich so machen. Ach ne, hier könnte ich runter... Rund, rund. Ich kann nicht reden. Den Bernsteinmantel. Ansonsten... Äh, 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 äh... Achso. Umhang. Umhang. Hast du einen Umhang. Und den anderen Scheiß wollen wir noch nicht. Gut. Weiter geht's. Haben wir uns gut ausgerüstet. Zumindest... Ah, okay. Jetzt werden wir alle ansprechen. Was für ein wundervoller Tag. Es ist so schön, in Frieden zu leben. Oh ja. Durchaus. Schön, euch zu treffen. Ich kann übrigens auch Marie benutzen. Aber leider scheint meine Kraft zu schwinden. Okay. Wie ich hörte, hat Daraus eine große und mächtige Armee. Okay. Äh... Bockinteressant. Danke dir. Äh, das war's. Gut, wir hauen hier ab. Ich glaube ja. Wir gucken nur noch mal kurz hier rein. Vielleicht haben die was Neues zu erzählen. Du wolltest Essen machen. Was? Was soll ich? Ich kann nicht aus dem Dorf gehen. Wegen all der Monster. Kein Problem, alter Mann. Ich erledige die für dich. Ich möchte auch Magier werden. Jeden Tag übe ich. Und irgendwann hauen meinen Freund und ich hier ab. Ach so, hauen mein... Oh, ein Herz. Sie liebt ihren Freund. Es ist der alte Sackiget. Igittiget. Raus, weg hier. Necrophilie ist ja widerlich. Und wir gehen erstmal nach unten in den Wald. Mal gucken. Vielleicht ist es total falsch. Hallo, Wald. Und Bienen. Und unsere Axt. Ja, wir tragen jetzt natürlich kein Schwert mehr. Genau. Die Waffen sehen auch alle immer so aus. Je nachdem, was man hat. Also es ist natürlich logisch, dass wenn ich jetzt einen Knüppel in der Hand habe, ich kein Schwert mehr ausgerüstet habe. Ich hoffe, ihr versteht das. Es ist ein wenig Logik in diesem Spiel. Ja, ja. Durchaus. Man muss dafür auch ein Auge haben, nicht wahr? Bla, bla, bla. Ja, ja, ja. Die Gegner sind... Ich wollte jetzt mal was ausprobieren, weil im Optionsmenü stand ja hier bei Einstellungen Kampf aus. Okay. Bin ich mal gespannt. La, 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 la. Was? Oh mein Gott. Wir werden nicht mehr angegriffen. Wie genial. Stundenglas. Doch, wir werden angegriffen. Aber warum Kampf? Was soll das? Eigenartig. Ich verstehe es nicht. Warum ist da Kampf? Also, was soll das? Also, was? Hä? Bla, bla, bla. Frank, ihr versteht die Welt nicht. Wuhu. Mein Gott, es kommen doch noch Kämpfe. Hier sind ja nur die Gegner von damals. Bin ultra zu stark für euch. Voll zu ultra. Warum? Ich habe irgendwie so ein... Seit gestern habe ich so ein neues Wort für mich entdeckt. Das heißt ultra. Und seitdem benutze ich ultra vor allem. Boah, guck mal. Ein Ultrabrötchen. Boah. Ultra-Straßenkreuzung. Überall sage ich ultra. Ich muss mir das abgewöhnen. Das nervt mich sogar. Und was mich nicht alles nervt. Gott, ich habe jeden Tag was anderes zu erzählen, was mich nervt. Bla, 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 bla. Frank Royale in seiner eigenen Welt. Wir machen alles kaputt. Oh Gott, mein Mikro ist an. Oh, das wären jetzt wieder irgendwie ein paar Minuten gewesen, die ich für den Arsch ansonsten gehabt hätte. Ähm, wir rennen hier lang und ich hoffe, da... Oh, komm, keine Gegner. So, einfach Eulen kaputt machen. Diese armen Eulen. Und wir erhalten doch nichts. Acht Erfahrungspunkte. Okay, wir haben ein Level ab. Ähm, naja. Ähm, gut, ich habe nichts gesagt. Oh, ein Kampf nach dem anderen. So, äh, ja. Okay, stimmt. Gute Zeit zum Aufladen. Ähm, äh, 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 ansonsten irgendwas passiert. Nein, äh, ansonsten, Leute, ich bitte euch, äh, das Forum. Wir haben, äh, fang. Früher habe ich hier immer Tiere gejagt. Äh, bei dem Baum. Gab es hier nicht irgendwo ein Geheimnis? Ich bin gerade so sehr... Oh, Piene! Majinken! Ähm, ja, Leute, bitte benutzt das Forum. Also, das ist jetzt kein Aufruf des Bösen. Von wegen, ihr benutzt ja gar nicht das Forum. Sondern, ähm, nein, wir haben halt ein Forum, Leute, die dieses Let's Play Spine zum ersten Mal schauen. Gab es hier nicht irgendwas? Nein. Ähm, unser Forum, die Internetadresse lautet www.lets-play.all-up.com Ja. Darauf gehen, da trefft ihr auch alle anderen deutschen LPR. Unter anderem haben wir da Lord3D, Trex024, Alligator, äh, äh, irgendeine Zahl, 1000 noch was. Und Waldes, äh, Z.I.M.I.R.O., Awakened Light, äh, Burrito Hood, Haseweh, Frank Royale. Hä? Frank Royale ist auch da. Ja, ja, ja. Und, äh, noch irgendjemand? Moment, ich habe irgendjemand vergessen. Oh mein Gott, die bringen mich alle um. Moment! Äh, Enigma-Movies, genau. Und, äh, ich weiß ich nicht. Ich, naja, ich mache so alle fünf bis zehn Folgen einmal Werbung für die. Und das reicht. Dann reicht's auch. Dann habe ich mein, mein Gutes für den Tag getan. Und dann weiß ich, ja, jetzt kann ich wieder beruhigt schlafen gehen. Das klingt so, als würde ich eigentlich nur noch spielen. Bisschen traurig. Nein, dem ist nicht so. Ich spiele nicht nur. Ich habe auch wirklich noch ein gutes anderes Leben außerhalb des Computers. Ähm. Schlafen. Essen. Ähm. Mich anfassen. Nein. Mein Gott. Frank. Halt die Schnauze. Hilfe. Erzähl doch mehr über das Spiel. Genau. Wir haben hier einen kleinen, blonden Helden. Das sind wir. Und, äh, Mint, unsere Begleiterin. Mit einem Hut. Äh, heilt. Toll. Fertig. Genug erzählt. Weiter geht's mit Funk Royals Geschichten aus dem Leben. Ähm, ja. Ich mag, äh, gerne Bier trinken. Ja, genau. Wie, ähm, immer noch Leute, ähm, Leute, die das hören und eventuell aus Berlin kommen und denken. Ähm, wie ein Reddit, ähm, identical.